Weißt du, wenn du grad irgendwas so am Farmen bist und dann macht's Spoof. Ja. Äh, wo war mein... Wo mein... Ach, da. La-la-la. Ich mach mir erstmal ne Richtung. Ich will mir keinen Kessel machen. Oh, Kessel sind cool. Stimmt. Wer schreit jetzt da draußen zu rum, hallo? Das ist neune, weil... Die kleine Kinder sind da schon im Bett. Ja. Oh, mein Rücken. Ich muss unbedingt das Eisenschwert nehmen. Okay, Leute, es geht weiter. Was die anderen machen, nicht mehr eigentlich. Was macht die eigentlich? Äh, in meinem kleinen Haus vergammeln. Seit gebastelt hab. Leute, du hast dein eigenes Haus. Seit gebastelt, weil ich auch Erkundungstur bin, wegen Holz. Wegen Wald. Wegen Holz. Ja. Waldholz. Ach, ich seh eure Namen. Ich mein, siehst du überhaupt nicht. Hab ich sie zwei. Ach. Ich muss auf jeden Fall weiter nach unten. Okay, so tief ist ich jetzt auch erstmal nicht. Ah, huhuhu. Spring ist hier auf Leertaste. So erstmal, a little bit of the Fackel machen. Nein, keine Eisen. Huhuhu, Jonas, das wird sehr anstrengend. Ja, wird's. Auf welchem Hüge hast du gesagt, bis 33, oder? Oder 23? Äh, 23. Oh, fuck. Alter, ab, ab, ich sag mal, vier Herzen ist jedes, jedes halbe Herz schmerzhaft. Oh, ja. Wo du abgezogen bekommst. Die, das machen wir heut Abend noch. Jo, wie weißt du, du verkackst gegen mich. Ja, das weiß ich. Ich will nicht nach oben, ich will nach unten. Alter, was schreien die da draußen so rum? gleich mal ins Fenster und sagt Klappe Klappe da draus, ich bin am aufnehmen AH! OH GOTT! Juli ist rot Echt? Ja Oh Gott Die Sicht ist eine halb Herze oder zweieinhalb Zweieinhalb Eigentlich ist ja wohl, sterben darfst du ja nochmal Habe ich nicht in der Höhle Das wäre vielleicht nicht schlecht gut Will ich jetzt ungern sterben Oh Gott, wie du aus dem Shader einfach nix siehst, wenn da was kommt, aber der Erschreckmodus, der ist viel geiler Oh nein, nein, nein Keine Mini-Zombies Ah! Geil! Nein, kein... Leute, was ist denn das für ein Face? Nein, nein Alter, ich will hier raus Warum rennt hier oben? Das ist ein Zombie, das ist ein Zombie, das ist noch mein Zombie Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich möchte hier auf der Stelle raus Ich muss ja Gold fahren Opfer Scheiße Du überlebst eh nicht Du überlebst eh nicht Puh, wie... was mach ich jetzt mit dem halben Herz Lol, was ist jetzt? Halbes Herz? Lol, ich hab Black Screen Echt jetzt? Ja, weil ich den Scheiß-Ding hab Den Bug Ach ne, weil hier... Ach, hier war einfach dumm, weil hier keine Kerze war Mit dem Shader sieh ich da nix Hat der keine Obis? Ne, wenn da keine Kerze sieh, sieh ich mit dem Shader gar nix Weil du kack-zombie Von bot, 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 bot Die Strauß nacht Ja, und die weiß, dass es Attacke nacht Spannend und Zombie Oh, schnell weg hier Die hat alle noch 20, Lisa stimmt plus rum, oder? Äh, nein, überhaupt nicht Ich darf grad voll rum Was macht sie? Haufen Haufen Dass ich die Füße einschlafen Wer die ist, fällt nicht wieder angepflanzt Ich hab nie jemanden gepflanzt an Was? Warum nicht? Weil deine Mutter nach Manki stinkt Na und, was ist Was geil Oh, ne, nicht schon wieder Was, ne, kack, Zombie Nein, Buck So Warte, komm mal Warte, komm mal Ich komm mal zu dir, wenn ich dich finde Ey, warte mal, gib mal kurz mein Kopf, ich muss was testen Warte 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 Nimm den halt auf Ja, will ich grad machen Mach man Friedhof Ja, okay Okay Okay, wohin Ich würde sagen, da bei den Hügeln Also ja, hier so her Schmal Rassen mähen So, man bisschen steigen Was? Ich bin verrückt Ich bin verrückt Ich bin verrückt, weil ich den Sprung nicht geschafft hab Ey, ich hole den Kopf Fick dich, das sind meine ganzen Sachen Kohlen den Kopf Leider Und zu Zyeah, bist du in die Schlucht reingefallen, oder was? Ich nicht mal, wo ich tin Hier, komm mal her komm mal her M penalties nie zu dir Ich will aber nicht zu dir Ach, da drüben Komm doch zu mir Dann zeig du dir, wo ich verrückt bin Kurs das ist auch wieder 20 Meter hoch nur ein Block Wasser, bis ich verarscht so, ich hab den Sprung hier nicht geschafft Du sollst mich verarschen, Jodi? Das ist ein Block-Sprung Echt jetzt? Sag bloß, das ist was dumm Danke Das ist die Kiste voll Ach, die Kiste voll Ich höre einen Creeper, ach so, ja Obwohl auch noch eine Spinne ist, ja Gib mal her Ich baue gerade einen Friedhof Diese kann ich dir übergeben Was ist die Letztwo? Bring mal gleich eine Schaufel noch mit Oh, ey Gott sei Dank hat nix den Abgang gemacht Hast du Gold? Nein! Kein Opfer Hauptsache schon eine fette Eisenrüstung, Alter Ich geh jetzt nur mal in der Höhle Mach das! Ich habe keine Ahnung, dass ich nicht sterbe Aber ich bin eh nicht in der Höhle gestorben So Warum so viele Klacköfen, Alter? Weiß nicht Damit du schön reichen kannst Wo machst du den Friedhof? Äh, hier drüben Ja, was macht ihr? Nein, keine Ahnung Nein, keine Ahnung Nein, warum eins runter? Ja, der Koppelstone hinsetzen Und so Bis auch schon zu Koppel Ja, sonst wird doch einfach nur krass mit Wege aus Kies Warum ist es nicht angefallen? Weil du blöd bist Und dann ist so eine Koppelstone Mauer Umrandung da Stimmt So irgendwie soo Oh, hoops So irgendwie soo